So, nächstes Video The Chestways oder die Kloaken Eine ziemlich gute Instanz, um XP zu farmen für Erfolge Wenn ihr in einer Gruppe seid Hier gibt es nämlich... Ah, das Problem ist, ich kann es leider nicht mehr sehen Ich weiß jetzt nicht, wie die Viecher auf Deutsch heißen Aber es sind die, die, sobald ihr unter 30 oder 50% Leben fallen Sich dann verwandeln, deutlich schneller angreifen Und sich auch schneller bewegen Und wenn ihr sozusagen Berserker Aura anhabt Und direkt neben denen steht und die dann killt Und das ganze 5 mal macht, kommt ihr glaube ich auch 2.000 Erfahrung Sobald ihr damit 50 seid Weil das noch nicht eine Elite-Challenge ist Aber das ist trotzdem ziemlich einfach Machbar und... Ziemlich lokativ ... 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